Ich werde dich zeigen! Ich brauche diesen Anzug nicht! Und diesen bescheuerten Helm brauche ich auch nicht! Neptun sei mit ihr! Wie lange kann sie das durchhalten? Ich habe keine Ahnung. Sandy ist ein Mädchen? So wie es aussieht, haben wir uns offenbar doch geirrt. Ihr Landbewohner seid uns tatsächlich überlegen. Nur leider müsst ihr hin und wieder Luft holen. Tja.